Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eines ist ja erstaunlich. In fast jedem Krippenspiel und an jeder Krippe kommen Figuren vor, die in der Bibel gar nicht erwähnt werden. Aber sie gehören einfach zur Weihnachtsgeschichte dazu. So gibt es keine Krippe ohne Esel. Und eigentlich gibt es auch kein Krippenspiel ohne Esel. Entweder ist der Esel schon im Stall und wartet auf das Jesuskind und seine Familie. Oder der Esel trägt als Volkswagen der Antike die Mutter Maria treu nach Bethlehem. Wobei der Esel damals eher etwas für die Reicheren war. Die Armen mussten meistens zu Fuß gehen. Ausgerechnet ein Esel steht also an der Krippe. Wo wir heute doch Esel für stur und auch ein bisschen dumm halten. Du Esel ist kein Lob, sondern ein Schimpfwort. Aber zur Zeit von Jesus waren Esel durchaus angesehen. Der Esel wurde in alter Zeit sehr geschätzt als geschicktes, kluges und geduldiges Tier. In der Bibel lesen wir sogar von einem Esel, der menschliche Sprache verstehen konnte und der besser als sein Herr Biliam verstand, was Gott von ihm wollte. Vor allem aber ist der Esel in der Bibel das Reittier des Messias. Der Esel trägt den, der Gottes Volk Israel und die ganze Welt retten soll. Der Prophet Zacharia kündigt viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt an, dass der neue mächtige König für Israel auf einem Esel Einzug halten wird. Und dieser König wird der Friedenskönig sein, der alle Kriege und alle Gewalt beendet. Bei Zacharia im neunten Kapitel lesen wir folgendes. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der Esel also ist das Zeichen des Friedenskönigs. Er wird die Streitrosse und Kriegswagen abschaffen. Mit dem geduldigen und klugen Esel hält endlich der König Einzug, der geduldig und klug Frieden in die Welt bringen kann. Als Jesus am Ende seines Weges schließlich in Jerusalem einzieht, da stellt er sich bewusst als dieser Friedenskönig dar. Ein Esel muss gesucht werden, damit Jesus auf ihm reiten kann und damit alle Menschen seinen Anspruch verstehen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Diesen Friedenskönig brauchen wir ganz dringend. Denn unsere Welt scheint in dieser Zeit immer mehr in Unfrieden zu versinken. Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, Unfrieden zwischen den Nationen, der nach dem Ende des Ostblocks vor 30 Jahren schon überwunden schien. In vielen Ländern Unfrieden durch gewissenslose Populisten, die die Hilflosigkeit der demokratischen Parteien für sich ausschlachten. Und nicht zuletzt Unfrieden zwischen den Menschen und den anderen Geschöpfen Gottes, weil wir Menschen es nicht schaffen, von unserem zerstörerischen Umgang mit der Natur abzulassen. Darum brauchen wir ganz dringend den Esel, der uns Gottes Friedenskönig bringt. Und wir haben ihn in dieser Weihnachtsnacht. Der Esel ist an unseren Krippen dabei, wenn Maria den Sohn Gottes zur Welt bringt. An Weihnachten feiern wir, dass Gott auf all seine Macht verzichtet und uns in einem kleinen Baby seinen Frieden anbietet. Wie aber kommt dieser Friede Gottes unter die Menschen? Wie kann der Friede Gottes in unserer friedlosen Welt wirken und Gewalt beenden? Da kommen nun wir selber ins Spiel. Können wir nicht solche Esel für Jesus, den Friedenskönig sein? Können wir nicht Jesus an diesem Weihnachten tragen und zu den Menschen in unserem Leben bringen? Können wir nicht von Jesus weitererzählen, allen Menschen, die Frieden und Gerechtigkeit und Hilfe brauchen? Ja, solche Esel können wir sein. Und Gott freut sich an uns. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen. Amen. Amen.